In diesem Video geht es um das Project Online Lizenz Management. Ich erkläre dir, welche Lizenz du für welche Project Features benötigst. Eines der meisten Fragen in meinen Pre-Sales Terminen ist immer, Blinky sag mal, welche Lizenz benötige ich eigentlich, um mit Project zu arbeiten? Genau um diese Frage soll es in diesem Video gehen, damit du dir entsprechend die richtigen Lizenzen für dich oder für dein Unternehmen beschaffen kannst. Denn ich kann auch immer wieder feststellen, dass sich viele Interessenten sofort eine Plan 5 Lizenz zulegen, die aber zu, ich sag mal, 90% der Fälle überhaupt nicht nötig sind. Vielleicht kannst du sogar durch dieses Video einige Lizenzen bei dir einsparen und somit auch die Kosten minimieren. Wichtig, ich bin kein Lizenzmanager von Microsoft. Das bedeutet, du solltest auf alle Fälle, solltest du irgendwelche Umstellungen machen, diese nochmal mit dem Lizenzmanager deines Vertrauens entsprechend abstimmen. So, genug geredet von meiner Seite. Ich würde sagen, wir schauen jetzt uns einmal an, welche Lizenzen es eigentlich überhaupt von Seiten Microsoft Project gibt. Mittlerweile haben wir 5 Lizenzen, die wir im Umgang mit Microsoft Project Online nutzen können. Die ältersten Lizenzen davon ist einmal die Plan 3 und die Plan 5, sowie die Project Essential Lizenz. Das sind die, die eigentlich von Anfang an mit Project Online veröffentlicht worden sind. Die hatten zwar früher mal eine andere Namensgebung, aber von der Feature-Nutzung sind diese eigentlich immer gleich geblieben. Dann neu hinzugekommen, einmal die Project Plan 1 Lizenz und die Feature-Erweiterung für alle Office und M365 Lizenzen, Project für Office. Und als diese Lizenz veröffentlicht worden ist, habe ich jede Menge E-Mails erhalten und im Motto, plan kannst du, das können wir Project umsonst nutzen. Das ist natürlich nicht der Fall. Schauen wir uns einmal die Features an, die wir mit den entsprechenden Lizenzen nutzen können. Fangen wir an mit Project for the Web. Project for the Web ist nutzbar, einmal mit der Plan 3, einmal mit der Plan 5, einmal mit der Plan 1. Dafür ist sie auch extra entwickelt worden und einmal mit der Project for Office Lizenz. Eine Besonderheit dabei ist, bei der Project for Office Lizenz, diese darf nur lesen und sollte der User einem Arbeitspaket zugewiesen worden sein, kann er quasi den aktuellen Fertigungsgrad in dem Arbeitspaket eintragen. Alle anderen Arbeitspakete innerhalb eines Projektes sind für ihn nur Read-Only, das heißt, er kann sie auch nicht öffnen, sondern diese werden quasi schreibgeschützt blockiert und er kann nur auf seine Tasks zugreifen, kann aber auch halt den Projektplan einsehen. Eine Besonderheit dabei ist nämlich in der Integration von Teams. Es ist so, dass die Lizenz quasi von der Office Lizenz mit vererbt wird und damit habe ich dann auch die Zugriffsberechtigung, den Projektplan mit in Teams einzubinden und dann auch mit einer Plan 3, Plan 5 oder Project Plan 1 Lizenz zu nutzen. Weiterhin zu beachten ist, bei dieser Lizenz solltet ihr Subtask einem Task zugewiesen haben, dann darf der Project für Office User dementsprechend diese nicht als fertig markieren. Sollte er das wollen oder müssen, dann braucht er auf alle Fälle auch eine Project Online Plan 1 Lizenz für dieses Vorhaben. Schauen wir uns das nächste Feature einmal an und zwar haben wir hier die Project Roadmap. Die Project Roadmap ist mit der Plan 3 und Plan 5 zu konfigurieren und anzulegen und auch die Verbindungen aufzubauen. Bei der Plan 1 Lizenz gibt es hier eine Besonderheit, nämlich hier besteht nur der Read-Only-Access, das heißt, Project Plan 1 User können sich quasi die Roadmap dementsprechend nur anschauen. Wie sieht es mit der Teams Lizenz aus? Klar, auch die wird quasi vererbt von der aktuellen M365 oder O365 zugewiesenen Lizenz. Kommen wir zum nächsten Feature, das ist die altbekannte Project Web App. Hier haben wir Zugriff mit der Plan 3, Plan 5 Lizenz und auch mit der Essential Lizenz und für alle die, die jetzt mit der Project Essential Lizenz nicht so wirklich was mit anfangen können, hierbei handelt es sich um eine Lizenz, die für Projektteilnehmer gedacht ist, damit diese auch in Project Online mit in der Kommunikation agieren können. Das heißt, sie können ihre Fertigungsgrad einteilen, sie können ihre offene Punkteliste pflegen, sie können Risikomanagement mit integriert werden, sie können Dokumente mit hochladen und sie können quasi auch hier ihre Timesheets ausfüllen, wenn sie das gerne machen wollen und diese dann entsprechend auch einreichen. So, wie ihr erkennen könnt, ist der Preisunterschied zwischen der Project Plan 1 und der Project Essential Lizenz sehr minimal. Das heißt, Microsoft hat dann überlegt, ob man das Ganze nicht noch etwas vereinfachen kann mit den kleineren Lizenzen. Das heißt, dass Project Plan 1 User eventuell doch auf die Project Web App zugreifen können und hat der Project Online Plan 1 Lizenz ein kleines Upgrade verschafft. Das heißt, User mit einer Project Plan 1 Lizenz dürfen dann dementsprechend jetzt schon auf Project Web App zugreifen. Andersherum geht es leider nicht, also die Essential Leute können nicht dementsprechend auf Project for the Web zugreifen. Ja, dann haben wir das nächste Produkt, das ist unser Project Desktop Client, den wir lokal auf unserem Rechner installieren können. Der ist nach wie vor nur in einer Plan 3 Lizenz und entsprechend in einer Project Online Plan 5 Lizenz enthalten. Dann habt ihr ja auch die Möglichkeit, Planner mit dem Project Client zu verknüpfen. Auch hier ist es so, dass die Planner Lizenz dann mit der M365 oder O365 abgegolten ist und ihr somit eine Verknüpfung aufbauen könnt. Auf der E-Generheit hat Microsoft jetzt verkündet, dass es einen Importassistent geben wird von Planner zu Project for the Web. Das heißt, ihr bekommt in Planner einen Button mit einem Diamanten dran, was bei Microsoft ja immer heißt, dass es sich hierbei um ein Enterprise Feature handelt und somit könnt ihr dann den Planner Plan in euer Project for the Web migrieren. Und hierfür wird dann entsprechend auch eine Project Plan 1 Lizenz verlangt. Project Plan 5 Lizenz und Project Plan 3 Lizenz haben logischerweise auch dann die Berechtigungen, den Plan zu importieren. So, wenn ihr einem User eine der oberen Project Lizenzen zuweist, ausgenommen die Project for Office Lizenz, dann ist es so, dass automatisch dementsprechend auch das First Party App Project als Model Driven App in Power Apps mit zur Verfügung gestellt wird. Wie sieht es damit aus? Hier haben auch wieder alle Lizenzen, genau wie bei Project for the Web, drauf Zugriff. Allerdings, genau wie oben auch, hat hier Project for Office nur die Berechtigungen, einmal den Projektplan einzusehen und eventuell bei einer Zuweisung eines Arbeitspaketes hier den Fertigungsgrad zurückzumelden. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Project Online Plan 3 und der Project Plan 5 Lizenz? Auch das habe ich einmal für euch nochmal zusammengefasst. Wir haben die Möglichkeit mit der Plan 5 Lizenz alles, was das Thema Arbeitszeitgenehmigungen, Arbeitszeittabellen und Timesheets, Ausfüllung betrifft, zu generieren und zu konfigurieren. Wir haben die Möglichkeit einmal den Workflow-Prozess mit zu nutzen. Wir haben die Integration des Portfolio-Servers. Ihr erinnert euch, damals ist ja der Portfolio-Server mit in Project Online übergegangen. Das heißt, auch dieses Feature steht uns nur mit einer Plan 5 Lizenz zur Verfügung. Wir haben auch die Möglichkeit, eigenes Branding zu erstellen. Auch was Microsoft immer darunter versteht, ein paar Farben zu ändern, ist auch nur mit der Plan 5 Lizenz möglich. Ja, und was ganz wichtig ist im unteren Bereich Benutzerverwaltung und Dienstverwaltung, das ist auch ein Irrtum, der Sie viele haben. Ich benötige als Administrator eines alten Project Online Umgebung grundsätzlich mindestens eine Plan 5, nämlich der Administrator, weil der dementsprechend hier die Verwaltungsaufgaben tätigen kann. Okay, schauen wir uns einmal den nächsten Baustein an. Und das ist die Bereitstellung des First-Party-App Microsoft Project. Im Übrigen handelt es sich hierbei eigentlich um die Möglichkeit, Enterprise-Funktionalitäten aus Project for the Web nutzen zu können. Und auch hier hat sich einiges mit den Lizenzen getan, beziehungsweise die Nutzung der Features, wie ihr was nutzen könnt. Früher war es so, wenn ihr customizen wollt, braucht ihr mindestens eine Pro-App-Plan- beziehungsweise Pro-Benutzer-Plan-Lizenz, um hier irgendwelche Einstellungen zu machen. Das hat Microsoft jetzt geändert, aber ganz wichtig, nur in der von Microsoft bereitgestellten Standard-App in Power Apps. Das heißt, wenn wir dort Veränderungen machen, dürft ihr mit den folgenden Lizenzen Folgendes tun. Einmal die Forms und Views anpassen, dann einmal die Dataverse-Charts und Dashboard-Designer nutzen. Das dürft ihr nur mit der Plan 3 und mit der Plan 5-Lizenz entsprechend benutzerdefinierte Spalten in einer Tabelle erstellen. Dürft ihr auch nur mit einer Plan 3 oder Plan 5-Lizenz fünf zusätzliche Tabellen anlegen, um eventuelle Sonderfunktionalitäten zu nutzen. Kurzer Topic hierzu, zum Beispiel Basisplan-Speicherung. Wem das interessiert, habe ich auf meinem Blog einen Artikel geschrieben zu. Und einmal die Nutzung des Business-Prozess-Flows, Stage-Gate-Prozesse, was eine sehr schöne Möglichkeit gibt, meine Projektprozesse innerhalb meiner Umgebung zu standardisieren und auch wirklich den Reifegrad meiner Umgebung sehr schön auszubauen. Auch das darf man logischerweise nur mit einer Plan 3 und Plan 5-Lizenz. Solltet ihr anfangen, selber zu entwickeln und an die Datenbanken dranzugehen von Microsoft Project, dann benötigt ihr eine Lizenz auf dem oberen Bereich, also entweder eine Pro-App-Plan oder eine Pro-Benutzer-Plan, je nachdem, wie groß eure Umgebung dementsprechend werden soll. Schauen wir uns einmal das nächste Modul an, und zwar ist das die Automatisierung von Project for the Web. Und hier bedienen wir uns, oh Wunder, einmal an Power Automate. Denn hier war es früher so, dass ich auch für die Automatisierung mindestens eine Pro-Benutzer-Plan benötigte, weil ich außerhalb meiner Office 365 M356 Umgebung Automatisierung angestoßen habe. Auch das hat Microsoft jetzt vom Lizenzmanagement angepasst, denn solange ich die Datenquelle über einen Standard-Connector benutze, die Daten über den Microsoft Data-Connector erfolgt. Und wenn der Trigger für die Automatisierung von Seiten Microsoft Project kommt, darf ich auch hier mit den Dataverse automatisieren. Ein Beispiel von meiner Seite hierzu ist zum Beispiel meine Basisplan-Werte speichern. Das heißt, wenn ich über den Button gehe und möchte die Ist-Werte in einer anderen Datenbank speichern, auf der linken Seite, die ich ja über Power Apps benutzen darf, dann kann ich dieses sehr schön automatisieren. Oder wenn ich zum Beispiel einfach eine Information erhalten würde per E-Mail, wenn ein Projekt in Project veröffentlicht worden ist. Schauen wir uns einmal das nächste Modul an, einmal Power BI. Und das ist, wenn man mich fragt, von Microsoft eigentlich nicht so wirklich gut beschrieben. Denn Microsoft beschreibt, dass man auf die Daten zugreifen kann, dementsprechend veröffentlichen kann. Und das stimmt auch alles soweit. Solange ich diesen Report nur für mich nutzen will und im Client nutzen will, möchte ich diesen aber veröffentlichen und anderen Stakeholdern oder Interessenparteien innerhalb meines Projektes zur Verfügung stellen, dann brauche ich mindestens eine Pro-Lizenz. Achtung, die Microsoft Pro-Lizenz ist in verschiedenen Office 365-Lizenzen schon enthalten. Zum Beispiel bei der Microsoft E5 und auch mal in der Office E5-Lizenz. Das heißt, hier müsstet ihr mal schauen, ob welche Lizenz ihr dort nutzt. Vielleicht habt ihr hier schon die Möglichkeit. Das heißt, wenn nicht und ihr wollt eure Projekte dementsprechend veröffentlichen, dann benötigt ihr noch einmal eine Power BI pro Lizenz. So, kommen wir noch zum nächsten Modul. Das ist einmal die Azure DevOps Board. Auch wenn es nicht direkt dazugehört zu Project Online, besteht dennoch die Möglichkeit, dass ich Azure DevOps Boards in meine Roadmap mit einbinden kann. Aus dem Grund habe ich hier die Lizenz auch noch einmal mit zugenommen. Hierbei sind die ersten fünf Lizenzen kostenlos. Alle weiteren müssen dann lizenziert werden. Ich habe das heute mal eingegeben. Pro Lizenz sind ungefähr 6,01 Euro. Sehr interessant, wie man die Berechnung macht. Nichtsdestotrotz habt ihr damit die Möglichkeit, ein richtiges Kanban-Dashboard oder Scrum-Dashboard aufzubauen, mit allem, was ihr benötigt. Und wenn ihr diese Lizenz mit nutzen wollt, benötigt ihr dementsprechend halt die User-Lizenzen. So, das wäre es vor zwei Wochen auch schon gewesen mit den Lizenzen. Aber nein, Microsoft auf der Ignite mittlerweile ja verkündet, dass auch FIFA Goals mit Project und Planner integriert wird. Was ist FIFA Goals? Bei FIFA Goals handelt es sich, ein OKR-Framework innerhalb eurer Organisation abzubilden, also Object Key Results Framework, und ermöglicht euch dementsprechend sehr transparent auch die Ziele in eurem Teams somit zu verteilen. Und da Projektmanagement auch Ziele definiert, wird Project for the Web und Planner dementsprechend in FIFA Goals integriert. Das heißt allerdings, dass ihr hierfür auch eine zusätzliche Lizenz benötigt. Ich habe mal geguckt, das sind ungefähr 5,10 Euro pro User pro Monat. Wenn ihr die FIFA Lizenz komplett habt, dann ist FIFA Goals schon integriert. Wenn ihr es extra lizenzieren wollt, dann habt ihr da die Möglichkeit, dementsprechend das auch nachzulizenzieren. So, ihr habt gesehen, dass es jede Menge Möglichkeiten gibt, Project Lizenzen zu benutzen. Wie geht ihr am besten dabei vor? Microsoft ist schon vor einiger Zeit dahin gegangen, die Lizenz an die sogenannten Projektrollen zu binden. Das heißt, ihr solltet hingehen und in eurer Projektumgebung klare Rollen definieren. Danach schaut ihr, welche Rolle, welche meiner angesprochenen Feature nutzen kann. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr relativ einfach die entsprechende Lizenz der Rolle zuweisen. Und somit habt ihr dann die richtigen Lizenzen für die richtige Rolle, für den richtigen User herausgesucht. Solltet ihr das Rollenmodell dann anwenden, habt ihr weiterhin noch die Möglichkeit, dieses als Berechtigungssystem zu nutzen und verschiedenste Ansichten, verschiedensten Rollen zur Verfügung zu stellen und dementsprechend dann auch euer Projektmanagement damit zu unterstützen. So, das soll es nun mit dieser Folge zum Thema Lizenzmanagement gewesen sein. Denn ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest wieder ein wenig mitnehmen. Solltest du Fragen haben zu dem Thema, dann hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar hier unter dem Video. Ich beantworte das eigentlich relativ zügig. Oder schreib mir einfach eine E-Mail, dann gehe ich auch dort gerne auf deine Fragen ein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, ich gehe raus. Euer Blenki. Ciao.